Jemand will mich ausschalten. Jemand aus dem inneren Kreis. Lorraine. Ein Doppelagent jagt unsere Agenten in Berlin. Ihr Auftrag. Finden Sie heraus, wer das ist. Vergessen Sie nicht. Trauen Sie niemandem. Ihre Kontaktperson ist David Percival. Und wie ist Ihr erster Eindruck gewesen? Weserstreus. Berlin hat eigene Regeln. Ich trau dir keinen Millimeter über den Weg. Du hast mich in ein Wüstenmest geschickt. Aber das wusstest du, oder? Sie sollten sich lieber anschauen. Die Uhr tickt. Ich bin da, Eindruck. Ich habe auch teaming. Ich Organische Selen. Hey! ARD Text im Auftrag von Funk